Mein Name ist Roger Horst, ich bin diplomierter Masseur und heiße Sie ganz herzlich willkommen in meinen Behandlungsräumen. Zu ausreichender Bewegung, einer gesunden Ernährung und ausgewogenem Lebensweise ist die Massage eine sinnvolle und tiefgreifende Ergänzung. Mit meiner umfangreichen Ausbildung in Anatomie und Physiologie sowie Pathologie, klassischer Massage, sanfte manuelle Therapie nach Dorm und vieles anderes mehr, bin ich in der Lage, in ganz verschiedener Weise auf Ihre Probleme einzugehen und zu helfen. Weil man sich Gesundheit nicht kaufen kann, lohnt es sich in jedem Fall auf Reaktionen vom Körper zu hören und aktiv zu werden. Als Zweigstellenleiter von einer anerkannten Massagefachschule erteile ich Kurs in klassischer Massage und Fussreflexzonenmassage. Ebenso individuell wie Kurs sind auch meine Behandlungen. Es würde mich sehr freuen, Ihre Fragen persönlich zu beantworten.